Die Herstellung von Musikinstrumenten erlebnisreich darstellen. Dieser Aufgabe widmet sich der Verein Music and Valley im vugtländischen Markt Neukirchen. Die Gäste erleben dafür Besuche bei Musikinstrumentenherstellern oder auch in der eigenen Erlebniswerkstatt. Immer mit einem hohen Anspruch in Richtung Servicequalität. Die Qualität ist für die Gäste in dem Sinne wichtig. Sie verlassen sich ja auf uns als Planer vor Ort. Das heißt, sie legen die ganze Planung für ihre 50 Musiker und mehr zum Teil in unsere Hände. Das heißt, sie kennen die Region auch vor Ort nicht. Und deshalb sind wir gefragt und müssen denen natürlich ihren ordentlichen Aufenthalt bieten. Der Verein Music and Valley besitzt das Siegel für Servicequalität. Um die zu verbessern, werden Anregungen von Gästen oder auch von Mitarbeitern umgesetzt. Der Gast soll sich rundum wohlfühlen. Die Qualität spielt dabei eine große Rolle. Das stellte sich schnell heraus, als der Verein am Servicequalitätssiegel teilnahm. Das gab uns die Möglichkeit, so eine gewisse Betriebsblindheit auch zu verlieren. Und dieser Maßnahmenplan, der dann letztendlich entstanden ist, ist für uns einfach ein Leitfaden. Und der hilft uns, diese ganze Qualität und diese einzelnen Serviceabläufe beizubehalten und natürlich immer zu verbessern. Dafür gibt es am Ende auch den Lohn, das Lob des Gastes. Das Schönste ist, dass wir realisieren, dass der Gast zufrieden war, dass es ihm im Vogtland gefallen hat und dass er gerne wiederkommen möchte und natürlich auch andere Musikfreunde hierher bringen möchte. Der Verein Music and Valley überzeugt mit Qualität und macht so den vogtländischen Musikwinkel weit über die Grenzen von Markneukirchen hinaus bekannt. Der Verein ist eine große Rolle. Vielen Dank.